Ich gehe direkt in den Jungle, ich bin in den Jungle. Einer pusht von hinten, glaube ich. Noch einer, noch einer. Oh! Ey! He's down. Okay. Nein, nicht wenn ich am Schmolli-Schmeißen bin, ist der wahnsinnig. Tatsächlich kommt er da, wie ich ihn erwartet habe. Mr. Anderson. So, ich hoffe doch, dass es gibt easy... Wir können einfach irgendwas machen. Okay, let's go be easy, GG. Let's go to the kitchen. Ja, wir sehen. Er hat schon einen... Jawohl, nice, Jungs. So. Ich plan für Apartments. Ja, ich gehe direkt wieder hoch. Schaut einer. Ist ja down, der auch schon? Let's go. Okay. Nice, ich bin mal mit der Piste. Nice. Jungs, easy. Ich hab gar keinen Gegner gesehen. Auf falsches Spot gelaufen. Ihr Jungs, da seid ja auch schon auf das 2. Oh, wir spielen hier gegen den Profi-Klan. Oh shit. Wab3-Klan. Heute ist es soweit. Was haben die für eine Herkunft? Ich check das mal ganz kurz. Sieht sie mir polnisch aus. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt zerschlagen wir einen ganzen Clan so hart, dass sie sich aufhören. Das ist schon wieder der nächste Clickbait. Polnischer Pro-Clan. Clan-Tags irgendwie YouTube machen oder so? Dann er zittern alle vor uns, weil wir natürlich dann so bekannt sind. Die YouTube-Ultras. Genau. Ich kann einige Smokes. Ich hab bei Big Walling gelernt. Ne. Aha. 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 Ich würde Stairs smoken. Ich smoked's. Oder? Ja, da mach ich Connector. Heider push. Oh, ok. Smoke ist raus. Noch einer. Heiders. Oh, er gibt mir direkt einen Header. Shit für den VP. Er ist nach links gelaufen. Versucht mit der Scouters zu machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Diese Nelze, Alter. Die war wirklich göstlich. Die war wirklich. Ich hab mir einfach weggeflogen. So Freunde, das war alles Spaß. Ab jetzt. Zerstellen wir den Clan. Ich geb euch die Bombe ein Stück weiter nach hinten. Die ist so schwer. Damit ist es so schwer. Direktes Ace zu machen. Jetzt geht's. Ich hab noch null Kills. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen anstrengen. Einer ist Kitchen. Grad rausgesprungen. Hallo. Ich plant in der Corner. Safe. Shot. Oha. Der Molly. Der letzte Shot. Oh. Ich fein. Ah, ok. Shit. Wir müssen ziemlich clear sein. Ich face. Ah, ok. Regenaded. Nice. Ich bin ja voll auf Leute, die durch Smogs schleichen. Wenn ich das mach, krieg ich dann Headshot bevor ich überhaupt irgendwas seh. Guck mal, die Profis haben auch einen mit null Fracks. Ja stimmt, da muss ich mich gar nicht so schlecht fühlen. Es geht. Und wir sind beide gleich dreimal gestorben. Wir könnten Brüder sein. Aber er hat einen Punkt und ich hab null. Ich gepeile das durch. Die pushen close. Verrückt. One spot is down. Einer ist, äh, an der, an der. Ok. Star, ich hab aber gemacht. Das war, lag das, dass ich nicht beim zweiten... Oh, ein Revolver. Schwierige Entscheidung. Boah. Ich würd grad sagen, auf einmal ist er weg. Sollen wir jetzt mal A full smoggen? Und dann mit ner Popflash rein? Passt nur auf, dass die nicht wieder pushen. Naja. Genau, einer muss gucken. Aim kurz ab und dann... Haben die das gekauft? Ne, die hatten eh kaputt. Glaub. Alter, der ist oben gepusht. Vor, ähm... Ja, der ist, der ist Palace drin. Ist down, ist down. Ich geh stairs. Nein! Zwei bei Stairsen, einer bei Jungle. Oh Gott, die Zerstörung. Die waren einfach zu krass, da bei Stairsen, bei Jungle. Da waren drei Leute insgesamt. Und ich war völlig überrumpelt. Ich flame my wood. Ja, der ist oben auf der... Okay, he's down. Ich smoke CT. Rechte Seite. Mann! Wie kann man zwei Flashes kacken? Down, window down. Oh Gott, zwei Connector, das mach ich! Nice, nice, nice! Ach, sorry, ich hab's... Ah, der ist immer noch CT. Immer noch. Minus 30, was geht? Oh nein, ich hab einfach nach rechts geaimt. Diese Runde, wenn ihr das gesehen hättet... Nur Scheiße gemacht. Deine zweite Flash hab ich gesehen, die nicht über Stairs drüber gegangen ist. Alter! In die Richtung war auch alles klar, da hat Wall in der Ultra gerockt da drin. Aber der CT-Mensch, der hat uns jetzt echt reingeritten. Mit was für ner Game-Sense spielt ihr eigentlich? Seid ihr eher die Low-Sense-Spiele oder High-Sense? 1,77, spiel ich. Äh, 0,8. 0,8? 40, ja. Aber bei 1000 DP. Ich spiel 4200, 1,7. Also ich spiel auf 1 in CSGO und hab ne 800er DPE gerade, glaub ich. Komm, lass durchpuchen auf FP. Er gibt mir... Scheiße. 20 Sekunden. Der ist tot. Das ist ne Leiche. Lass mal noch mal mit Dampf auf B. Ah, shit. Ich geb Hartmanns wieder zurück und guck back. Shot. Scheiße. Oh mein Gott. Von Shot hat mich genutzt. Ja, easy, Mann. Haha, nice. Oh, er rennt rum und ist einfach ein Downer. Ich geh direkt Jungle, ich bin Jungle. Einer push von hinten, glaub ich. Noch einer, noch einer Shot. Oh, ey, da stand einer hinter mir. Einer ist immer noch, immer noch Window drin. Ist down. Nein, das habe ich gemacht, Jungs. Das war ne coole Runde. Die haben wir auseinander genommen. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Aber trotzdem, Forty, trotzdem. Trotzdem war die Kugel. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Den Sieg mit einfahren, das ist es, was zählt. Der Team Sieg. Jetzt ist einer Connector. Ist down. Ja, der ist... Alter, er war einfach oben mit dir auf dem Ninja-Ding. Ja, ja, ja. Ekelhafter Spot. So, sofort. Ich glaube, hier ist noch jemand ein Ninja. Kriegt einfach einen Hintern geneif. Short, noch einer. Zwei. Bench. Bench. Nein, was? Kein Head... Haufwärtsspieren, Bench. Nice. Na gut, man muss ihn auch mal ne Runde lassen. Nicht, dass sie aufgeben. Können wir mal A versuchen, oder? Ja. Geht's mal dann direkt per Palace. Get down. Get down. Nein, nicht, wenn ich am Schmolli schmeißen bin. Ist der wahnsinnig. Anteil-Regel. Tatsächlich kommt er da, wie ich ihn erwartet habe. Mr. Anderson. So, ich hoffe, das gibt diesen. Nice. Aber total unverdient, Mann. Wo hab ich wieder hingeschossen? Ich wollte eigentlich um ihn herumschießen. Du wolltest die Hitbox testen, ne? Ja, ich wollte... Genau, das war natürlich Absicht. Weil ich finde, das ist eine Schweinerei hier mit den Hitbox. So, nach dem heutigen Video testen wir mal die Hitbox. Deswegen schießt mein Hund den Gegner herum. Wie? Ich hab ihn aus Versehen getroffen? Shit. Das gibt's doch nicht. Da shortstapt einer rum direkt über mir. Ja, ich hab ihm ein Hände gegeben. Okay, wir können planten auf A. Eine aufgangen. Eine aufgangen. Shit, shit, shit. Okay, wartet, wartet, die Bombe nicht. Ja, ja. Läuft. Die holen wir sie eh. Ich würde A gehen. Aber Double-Nade wäre. Oh, guck mal, hat seinen Namen schon geändert. Das ist immer so peinlich. Weißt du, wir führen nur eine Runde. Ich bin nicht da, der im YouTube-Video verstört worden ist. Ich weiß anders. Gut, bäh. Versuch ein bisschen langsam zu machen. Ich bin jetzt in Apartments drin. Wartet, dass ich vielleicht einatzen kann. Okay, alles klar. Oh, ich hab Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ja. B-Apps. Bombe ist bei B down. Alles klar. Komm, wieder ein Kill, Kill, Kill. Ja. Ja, alles läuft. Bombe ist down bei uns. T-Slope. Ich geh Mitte hoch. Und werd hinten gucken, dass er nicht auf B geht. Ah. Ah. Fuck. Bombe kommt. Bombe kommt von hinten. Ich weiß nicht. Warte, ich hör kurz rein. Ich glaub die Bombe geht Palace. Geht's vielleicht nicht mehr. Nice. That's Spray, Junge. Ist auf jeden Fall wie was. Einer is shot. Oh, noch ein App-App-App-Appartments. Scheiße, warte. 5-7 in die Licht. Ah, nice. Geh direkt Palace. Bombe, Bombe ist da. Ich geh Palace. Ich geh Palace durch, ich komm von hinten. Die erwarten mich. Shit. Einer 15 Appell. Nice. Noch einer is in der Mitte. Komm, Connector. Nice. Oh, sehr schön. Jawoll. Locker geholt. Richtig. 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 Utilities benutzt. Das wird ein ganz langsam erkämpfter Sieg. Dankeschön. Der ist dieser Optimismus. Man muss einfach optimistisch sein, auch wenn es in die Hose geht. Eigentlich ja, aber manchmal ist das nicht so einfach in diesem Spiel. Na, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man halt im Team Randoms hat, die wirklich keinen Spaß machen. Dann verschwindet selbst von mir der Optimismus direkt sofort. Nice. Noch einer, aber Vorsicht. Sorry, sorry, war zu langsam. Nein, läuft. Alles gut. Palace ist, glaube ich, einer. Vorsicht Orange. Ja, Bombe war Palace. Ich komme underground durchgelaufen. Ah, nice. Flasht, raus. Oh, shit. Sorry, ich habe keine Granate. Alles cool, alles cool. Ich mache Nate und dann direkt Molly, okay? Dann am besten keine Smoke. Ja. Ich bin flasht. Ich flasht ja auch nicht. Es ist direkt einer in Sandwich drin, was? Einer in Sandwich. Hallo? Sandwich ist down. Oh Gott, wirst du mich erschrocken. Ninja. Oh Gott, 40. Nice, danke. Noch einer. Ah, nächste Rampe. Ah, hier wir gehen. Das war echt hart gelegt. Einfach davor, da können die echt von überall kommen. Das sind Profis, ja. Das ist ein Profi-Clan. Ich habe, glaube ich, letztens im Fernsehen gesehen. Haben sie da nicht letztens gegen Fanatik gespielt? Ja, ich glaube, die haben letztens Fanatik ausgezogen. Komplett. Er hat einen Fehler gefressen. Ach komm. 99 in drei, okay. Das ist Ultralong. Nice. Habt ihr die Fuse? Die Fuse. Das haben wir nicht. So, so. Ich glaube nicht. Das hat die Fuse, aber es reicht nicht. Nur knapp nicht. Schade, 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 Mann. Das war knapp. Bitte. Einer ist hier oben. Alles. Und jetzt am besten so defensiv, wie es mir geht. So richtig hardcore. Wir müssen zu uns kommen, dass wir so zerrupfen können. Es ist jetzt ganz einfach P90 Zeit. Genau, genau. Ja. Zeit für die P90. Wir wollten es jetzt nicht so direkt sagen, aber okay. Aber okay. Flasch rein. Achtung, Flasch kommt. Ja, hau rein. Einen habe ich gesehen bei Stairs. Und einer ist On-Spot. Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Runde P90. Ich denke, ich gehe einfach nur close. Na, die kommen. Die kommen. Oh, alle, alle, alle. Okay. Schade. Barry, mach das jetzt. World Jungle Rock, denke ich mal. Nice. Was für ein Wichser. Das gibt es nicht. Das ist echt ein Poker. Schade. Der Molli war wirklich tierisch. Oh, was sind das für Low-Ranks? Ach du Scheiße. Und das war es auch schon wieder, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns irgendwie wissen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich gucke gerade wieder voll edli in die Kamera. Bis zum nächsten Mal.